Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ziegevlogs und heute sieht man mich mal in einem schwarzen Anzug, weißem Hemd, schöne passende Stadtfarbenkrawatte, denn ich bin gerade auf dem Weg zur Zuchtzuchtveranstaltung, also zur Veranstaltung, Versammlung der Bürger und Bürgersöhne hier in Neuss und nehme das direkt mal wieder als Anlass für einen Videobeitrag und zwar zum Thema Schützenwesen, denn der heutige Tag ist quasi der Auftakt, die Auftaktveranstaltung der großen Vorfreude und der Vorbereitung für das Schützenfest Ende August. Wie immer findet das Schützenfest in Neuss am letzten August Wochenende statt und heute wird darüber abgestimmt, ob das Schützenfest überhaupt stattfinden soll. Aber ist heute wirklich schon der Auftakt? Nein, nicht ganz denn die Schützen sind natürlich schon lange unterwegs. Mein Zug zum Beispiel baut eine Großfackel und da war ich am heutigen Morgen auch schon und habe ein bisschen mit gewerkelt und jetzt gleich bei Zuchtzucht sind viele Züge, viele Leute dabei, die mit ihren Schützen das ganze Jahr über unterwegs sind oder das ganze Jahr über Zeit verbringen. Dementsprechend, ja, heute Auftakt der Vorfreude und der Beginn der Schützenzeit hier in Neuss. Aber das Schützenwesen ist viel, viel mehr und das hoffentlich erklärt auch ein bisschen die Begeisterung hier in Neuss für das Schützenwesen. Damit verabschiede ich mich mit diesem ganz kurzen Beitrag, mit vielen, vielen Bildchen und Filmchen rund um die Zuchtzucht-Veranstaltung mit den entscheidenden Worten, die ich jetzt schon mal sage, denn ich gehe schwer davon aus, dass am Ende des Tages Schützenfest beschossen ist und sage jetzt schon mal Zuchtzucht, auf geht's ins Neusser Bürger Schützenfest 2016. Viel Spaß! Zuchtzucht!